Hinter Samse Samse steckt ein sehr klassisch, skandinavisches, minimalistisches Konzept von Bekleidung. Wir haben immer ein Farbkonzept, wo wir sagen, okay, wir haben vier, fünf Farben, auf die wir uns gezielt einschießen und auch konzentrieren, wo wir dann einfach mit tollen Qualitäten Highlights raussetzen. Der Laden hier im Bikini ist der Flagship-Store von Samse Samse für Deutschland. Den haben wir im Januar eröffnet hier, voller Freude. Es ist im Prinzip für uns das erste Schaufenster, um die Marke hier außerhalb von Skandinavien und anderen Ländern hier in Deutschland auf den deutschen Markt zu etablieren. Worüber wir sehr glücklich sind, wir haben hier ein super Konzept mit dem Bikini. Wir haben hier, glaube ich, eine sehr schöne Lage, auch mit dem Kurfürstendamm und der ganzen Umgebung hier, wo wir gezielt wirklich die Leute erreichen können, die wir auch erreichen möchten. Und das wird bis jetzt auch sehr, sehr gut angenommen. Bis jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020